Alter, fuck, ey. Ne, mit dem Muschi-Checkerle-Schwert geht das ja ganz easy, ne? Nur ich... Ah, hier ist ein Wild-Mashroom. Ja, man. Einen hab ich. Also, noch einen. Wir brauchen nur noch zwei Stück. Als ob hier keine zwei Wild-Mashrooms mehr drin sind. Ah, hier ist noch einer. Und... Da ist auch noch einer. Ja, okay, ich hab... Ich hab jetzt fünf Stück. Oh, hier sind noch ganz viele. Okay, jetzt hab ich zehn Stück. Wollen wir wieder Welt wechseln? Peter? Okay. Genius strikes back, Alter. Dieses Breathing-Rot, die macht auch, dass wenn du selbst, wenn du an keinem Wasser kommst... Ne, läuft dann noch weiter nach links, oder? Kommt da noch mal eine Corruption, oder? Weiß ich nicht, wieso. Was sollen wir denn? Ja, reicht ein. Einmal spawnen. So, das meinst du? Hm, äh... Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hab jetzt zehn Stück, also... Zehn Wild-Mashrooms. Ja, zehn Wild-Mashrooms. Ah, hier, hier kommt noch eins. Wenn ich jetzt noch einen finde, dann können wir ihn ja nochmal spawnen, dann gleich. Wir müssen nur noch roten. Ah, hier ist noch einer. Okay. Zack. Ja, okay, ich hab jetzt noch einen. Ja, ich komm auch nochmal. Ich mach mal noch ein bisschen Licht, Jungs, damit wir auch was sehen können. Oh Gott. Naja, also die Terraria-Parts sind ja glaube ich jetzt nicht so für die Unterhaltung, sondern eher für den... Achso, ja, genau. Stimmt. Also, wir kommentieren ja kaum, deshalb kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass es jemand guckt, weil der es richtig klasse findet, wie wir die Terraria-Parts machen, sondern die sind eher so, ähm... Also, das haben wir auch von Anfragen halt, sonst würden wir Terraria wahrscheinlich gar nicht weitermachen. Das ist so... Oh, da ist noch ein Weimar schon. Dass das, ähm... Gefragt wurde, weil viele Leute sich wohl an unserem Let's Play orientieren und dann mithilfe unseres Let's Plays halt auch weiterspielen können und halt wissen, was die als nächstes ansteuern sollen, weil ich hatte ja damals auch tatsächlich, sag ich mal, so einen Guide sozusagen, der Marius und das war dann natürlich alles viel geiler. Ähm, ich bin jetzt im Dungeon drin, also, wenn du willst, kannst du den Server neu starten. Also, jo. Naja. Ich sammle hier noch ein paar Sterne ein. Lol, hier sind diese Zauberer. Diese nervigen... Au! Ich hasse den. Noch ein Ball Mushroom bekommen. Keine Ahnung, ich renne jetzt hier einfach nur mal rum. Wie viele habe ich? Okay, ich habe einen Gold Coin. Ah, ich habe einen Gold Coin. Puh! So, okay. Kannst du neu starten? Ähm... Also, Alter. Was willst du noch? Warte, ich gehe jetzt noch einmal kurz durch diese Corruption. Ah, ist doch Pipa Pro, ja, ganz egal, ist doch... Ja, hier, weil Maschum, Alter. Ein ganzer krasse Sache, Peter. Ja, ich fand... Ähm... Ähm... Ja, man, er will mich immer noch damit trollen, weil ich habe ja Samsung... Ich habe ihm gesagt, ja, hol dir unbedingt Samsung, Samsung ist Marktführer und so weiter, aber... Acer machen ja auch, ähm, sind ja eher so auf PC oder halt nicht so auf Fernseher spezialisiert und da kann ich mir vorstellen, dass es mindestens genauso gut ist. Und, ähm... Und, ähm... Also, ich bin gerade noch im Meer. Wie du mal eben ins Meer läufst und ich mal eben... Oh, im Meer sind noch zwei Weile Mushrooms drin gewesen in der Truhe. Habe ich wohl irgendwann mal da reingetan. Ähm... So, jetzt bin ich auch mal Hau. Dann mache ich kurz Cut. So, wieder da. Daniel hat jetzt hoffentlich nicht in diesen zwei Sekunden den Faden verloren. Das wäre natürlich schrecklich. Ich habe den Faden verloren. Ne, wir waren bei... Monitor und... Achso, ja, heute ist der sechste. Morgen ist siebte. Da fängt eigentlich für euch wieder die Schule an wahrscheinlich. Ne, also der Linus, der hatte schon Schule jetzt wieder. Achso, okay. Der hat erstmal die Nacht von den Ferien auf dem Schultag durchgemacht. Das macht immer Sinn. Ja, das macht immer Sinn. Richtig geil. Lohnenswert, kann ich nur empfehlen, also. Dann seid ihr richtig topfrisch wieder. Kann er dann wieder... So, ich kann jetzt, äh, theoretisch... ...ein Warm Food machen. Wieviel braucht man da? 30 Weimashroom, ne? Ja, 30... 30... 30... ...Mashroom. Warte mal, ich... Ja, okay, komm, ich... Und wie viel Rotten Chunks? 15, ne? 15, ja. Ich habe... Ich habe alles jetzt. Wo bist du denn? Ich mache mir erstmal einen Mana Star. Und Warm Food. Ich habe Warm Food, okay. Äh, kannst du Blue Party joinen? Dann, äh... Oder bist du schon da in der Höhle? Warte mal ganz kurz. Ja, ich bin schon in der Höhle, aber ich komme wieder. Oh, da kam gerade so von der Seite von rechts, sehe ich gerade, wie da so ein Wurm ankommt. In dem Moment war ich weg. Okay, das wollte ich jetzt noch loswerden. Äh, lol. Nein, komm, na, okay. Ich dachte, du wolltest jetzt hier und so. Ja, mag ich auch, aber... Ja, ich habe ja auch schon alles. Ja, ich weiß, ich habe auch schon alles. Aber ich wollte kurz noch ein anderes Power-Up equippen. So, ich habe jetzt einen Warm Food. Boah, ich dachte gerade, als du Blue Party angemacht hast, würde der jetzt kommen. Uh, okay. Attack, äh, ja, ich habe einen Thorn Potion. Ja, das ist geil. Soll ich den mal nehmen? Mhm. Okay, nehme ich gleich. Habe ich noch irgendeine Potion? Ich habe eine langweilige Heil Potion. Das ist okay. Hier, hier unten bin ich. Also, okay, ich gehe ins nächste Loch. Loch. Ja, wir wollen uns battlen am besten irgendwo, wo richtig geil Licht ist. Hier. Machst du zuerst. Okay. Also schnellste Waffe und richtig geil reinstellen. Habuhn, habuhn oder was? Nee, was ist witziges. Zorn, Shagrumpf. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zerstört es ihn ziemlich. Ich bin hier in irgendeiner Matschel. Äh, wie eklig das einfach nur aussieht, ey. Also. Äh. 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 Wie eklig. Der nächste Wurm. Wie eklig das auch aussah. Wie hast du ihn angegriffen? Also das Muramasa ist ziemlich effektend. Wollte ich mal so gesagt haben. Äh. Okay. Ja gut, dann nehm ich gleich das Muramasa. Was hast du bekommen? Äh. Ein paar Krams, ne? Mach einfach nochmal neu. Okay. Äh. Ich hasse das Geräusch. Wie ich hindrücke. Ich brauch mal ein bisschen Leben. Loll. Alter. Das hat geworkt. Das hat voll geworkt, Digga. Das hat geworkt. Das hat geworkt. Das ist gerade, was du gerade gemacht hast. Oh yeah. Ja. Es wirkt schon die ganze Zeit übelst krass. Weil ich halt wirklich durch und durch schieße, ne? Ich hab nicht mal ne Healing Potion benutzt. Lebt er noch? Ja, man. Ach, da ist er ja. Hä, lol. Oh, Alter. Bei mir lag das. Ja, kann schon mal vorkommen, ne? Man, steht die Internet und so. So, wir haben gekillt. Und was gab's so? Ja. Wow und so, ne? Noch. Hast du noch einen? Ne. Ne. Ich hab noch 25 Wild Powder. Okay, dann. Warte, ich habe. Habe ich Rotten Chunks? Was? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Äh, was hast du, was hast du denn bekommen? Also, wa, wa, wa. Ja, Shadowscales und Demo Knight. Ich weiß jetzt gar nicht. Was ist der Drop? Ah, Demo Knight, oh, hab ich auch. Okay. Ah ja, okay. Alles klar. Okay. Hast du noch, ähm... Rotten Chunks? Ne, leider nicht. Ich mach mal kurz Backward. Hast du gehört? Ich hab ne leider nicht gesagt. Ich mach mal ganz viel Demo Knight-Ur, ne? Ja, mach mal. Aber was will ich denn haben? Gar nichts eigentlich. Ich bin eigentlich voll zufrieden mit meiner Rüstung. Soll ich mir ein Nightmare Pickaxe machen? Ja, kannst du machen. Hab ich ja schon. Okay. Dann mach ich mir jetzt ein Night... Nightmare Pickaxe. Ach ja, ein Light Span wollte ich machen, genau. Ich erinnere mich. Was kann ich aus Shadow Skull machen? Das brauchst du für alles. Ach so, okay. Also für die Rüstung. Hast du ne Rüstung? Ich will nur überlegen, ob ich mir... Oh, lol. Sharp Nightmare Pickaxe. Geil. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich mir gerade ne... Jetzt bin ich am überlegen, ob ich mir gerade ne... Shadow Armor Dingens. Oh man, du hast wohl die Power Armor. Und ich hier nur mit meinem Drecks... Iron... Scheiß. So, die Wormtooth brauche ich schon mal nicht. Äh... Boah. Kacke. Haben wir überhaupt noch Gold oder so? Alter, wir haben voll viel Hellstone. Lass jetzt mal gleich mit einem Eimer runter aus. Sorry, sorry, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Mau. Mau. Okay, ich, ähm... Lass gleich mal mit... nem Eimer... nach unten chillen. Habe ich zufällig noch Eisen? Ne. Darf ich mir... Darf ich mir einen, äh... Shadow... Herrn... machen? Na, warum nicht? Du hast also sowieso kein Armor Set, oder? Ich hab ja ein Armor Set und dann bekommt man ja so Special Features. Und deshalb war ich so lange am Überlegen. Okay. Ich hab mir jetzt einen... geilen Helm gemacht hier. Guck mal. So sieht der aus. Sexy. Und, äh, ich hab jetzt... Oh, ich hab jetzt nochmal, ähm... Attack Speed dazu bekommen. Das ist richtig geil. Vor allen Dingen auch mit dem Teil hier. Mhm. Mh... Muramasa. Schön. Alter, das haut rein, Junge. Hahaha. Zyp, 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 zyp. Tja, ich bin schneller. Wieso? Äh, ich hab einen Item Feral Claws. Ja, hab ich auch. Ach so, okay. Dann weiß ich nicht. Scheiße, haha. Vielleicht, weil ich noch plus 10% Speed auf dem Schwert hab? Achso, ja, das kann sein, weil ich hab ein ganz normales Schwert. Okay. Weil bei diesem Item-Verzauberer-Dings war das nicht. Können wir tauschen? Nee. Mano. Aber komm, du hast doch schon den ganzen anderen Shit. Lass mir wenigstens die coolen Shit. Welcher ganze andere Shit denn? Ja, die Magic-Sachen, Alter. Ich hab gar keine Magic-Sachen. Und die Harpune? Die Harpune und das Sorn-Chakram hast du auch. Ja, und du aber auch. Ja, ja. Und dazu hast du dann noch diese ganzen Magic-Sachen. Und dann noch das Muramasa und das Light-Off. Ja, aber ich hab ja deine Spielstände auch nicht gelöscht. Also von daher. Ja, Alter. Fuck it, Alter. Hast du zufällig noch einen Heimer? Nee. Ey, bitte. Ich will voll das schnellen Schwert haben. Nee, Alter, nein. Wieso nicht? Ja, warum soll ich es dir geben? Ja, weil... Ich kann dir gerne meinen Necromatic-Armor geben, wenn er besser ist als deiner. Hier, warte, meine Piggy-Bank hier. Necro-Breastplate. Was ist denn das? Oh... Es gefällt. Gut. Nehme ich das? Sehe ich... Ja, ja, Mann. Oh, yeah. Ah, nee, das sieht scheiße aus. Sieht voll prollig aus. Ja, Mann. Scheiße, wo ist dein Eisen, Mann? Okay. So, Silber, nein. Manno, können wir vielleicht nochmal Skelettron töten? Hast du bitte irgendwie ein Eimer-Craft nicht? Ich... Ja, das habe ich mitgenommen. Das ist von... Ähm... Kannst du bitte... Hast du noch Eisen? Kannst du bitte einen Eimer machen? Ich habe keinen Eisen. Also. Alter, das gibt es nicht, ne? Wir laufen hier mit Shadow-Armor rum und dann haben wir keinen Eiser. Soll ich mir so Meteorit-Leggings machen? Ich habe Meteorit-Vollarme und das ist halt für Magie gut, aber... Ja, ja, ich weiß. Deswegen. Ja, wenn du halt keine Magie-Waffen benutzen willst. Ja. Deswegen habe ich auch die gar nicht erst benutzt. Da habe ich gedacht, die kann ich dir eher geben. Ja, ich habe ja auch... Weil ich ja auch Sachen gebe. Ja. Ja, schon. Wenn du willst, können wir uns Laserschwerter machen. Die sind richtig schnell. Kann man auch durchgehend geklickt lassen. Das sind die mit, ähm... Jetzt muss ich hier allen Ernstes Iron-Oar fahren, ne? Das ist so erniedrigend. Ich habe alles für Melee-Speed. Ich habe Violent Shaker, Feral Claws. Ja, dann brauchst du Shadow-Armor. Der macht auch Melee-Speed. Shadow-Armor? Armor. Aber ich... Müssen wir nochmal öfters den Eater auf World kennen, ne? Na, dann kannst du ja mal ein bisschen Rotten-Flash-Farmen da in der Corruption. Na toll. Ne, kein Bock. Oh, ähm... Du gehst jetzt gerade in die Hölle nochmal, ne? Ne, eigentlich gehe ich... Dingens-Farmen. Was? Eisen? Ja. Damit wir jetzt jetzt Dingens machen können und, ähm, ein Eimer. Und mit dem Eimer will ich mir dann halt nur Hellstone machen. Und mit Hellstone mache ich mir dann dieses Feuerschwert. Und das Feuerschwert, wie du sicherlich weißt, ist dann für mich der Schlüssel zum Night's End. Ja, aber das... Alter, als ob du dir das gleich machen würdest. Doch, klar mache ich mir das gleich. Aber... Hä? Ich habe dir doch das Blade of Grass gegeben. Alter, dann mach aber so, dass wir beide so eins kriegen, oder nicht? Also, ich kann dir deinen... Also, ich hatte ja... Äh, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Steck's dir in den Arsch, Alter. Ich habe dir extra das gefarmt. Aber nicht, damit du dir nachher das Night's Edge machst. Alter. Das ist schon alles in meiner Piggybank. Da bist du so ein verdammtes Arsch. Ich benutze das Blade of Grass doch gar nicht. Ja, aber... Alter. Ja. Dafür habe ich dir das nicht gemacht. Geh doch in die Hölle, farm dir doch... Also, ich weiß nicht, wie viel... Also, es braucht auf jeden Fall ziemlich viel Hellstone. Ja, ich bin ein verdammter Anfänger, Mann. Ja, dann geh jetzt schon mal in die Hölle. Ich komme gleich nach. Ich mache für uns jetzt den Eimer. Damit ich dann gleich mit Wasser... Dann, ähm... Scheiße, es wird dunkel. Äh... Mit Wasser dann auf das... Auf die Lava. Und dann kommt dabei natürlich Obsidian raus. Nach den guten alten Minecraft-Regeln. Und dann können wir mit dem Obsidian... Uns das Dingens machen. Und von den Shadowscales, die wir eben gleichzeitig hatten... Konntest du dir... Auch ein... Ein Dingens machen. Und ich weiß nicht, was dir dann noch fehlt. Mir fehlt noch das Hellstone. Ja, mir fehlt das auch noch. Und das Demo-Night-Teil habe ich noch nicht. Hast du das schon? Ja, das habe ich mir ja eben gemacht von den Hells... Ähm, von den Dingern, die wir vom Eat of Worlds bekommen haben. Und ich habe mir daraus eine... Äh... Nein, hat mir ein Pickaxe gemacht? Ja. Ah. Und deshalb sage ich dir, du kannst jetzt endlich wieder... Oh Mann, warum sagst du mir nicht sofort Bescheid, Alter? Sag mir doch, was du planst. Ich dachte, das ist klar. Nein, Mann. Wir haben doch schon das Blade of Grass und das, äh, Muramasa. Oh. Und dann kämpfen wir zweimal gegen diesen Dingens. Aber, wie gesagt... Ja, woher soll ich das denn das... Woher soll ich denn das wissen? Was wissen? Ja, woher soll ich denn wissen, äh, dass du das planst oder dass wir das gleich machen? Ich weiß es nicht. Ich dachte, das wäre halt verständlich, ne? Aber... Ah. Toll. Ja, ich gebe dir auch gerne was von meinem Hellstone ab, aber... Was tust du? So. Ein Zapfen.